Halli hallo liebe Leute und willkommen im Widerstandslager. Wir haben heute eine Barbecue Party. Ihr seht es ja, alles schon in der Vorbereitung, alles schon heiß. Nein, das Widerstandslager wurde von Maschinen angegriffen, die die Androiden gefressen haben. Oder sie wollten es. Sie haben sie auf jeden Fall alle getötet. So, und wir hatten eine kurze Sequenz, in dem wir den Bruder von Adam sahen, wie er schwor, alle zu töten und, naja, kurz darauf passierte das hier. Ich glaube, wir werden recht bald auf ihn treffen. Vielen Dank, 2B. Ich helde dir. Was ist denn, was ist das? Ich weiß nicht. Sie sind plötzlich in diesem Ort. Was ist das? Ich habe den Kampen gehört. Aha, ich weiß es. Wow. Äh, Arschloch, dich kenne ich doch. Das Wasser steht unter Strom. Oh, fuck. Oh, fuck, du. Oh, fuck. Oh. Oh, okay. Okay, gegen das Ding haben wir in der letzten Folge gekämpft, in einem sehr beengten Raum, ohne Licht. Oh nein, da sollen sie kommen, das sind alles Heilungspakete für mich. Ja, zerstöre deine eigenen Leute. Verdammt, sogar sein Auge ist gepanzert. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ja, das ist ja, das ist ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war's für mich. Jedes Mal Jedes Mal Rast der in irgendwas rein Oh nein Oh Gott, ich habe ein furchtbares Ja, noch Ist er, ah, da ist er Ähm, wo, wo ist jetzt er? Hat er sich jetzt in den Kern da aufgelöst oder was? Ach, das tut gut wieder mit seinem Kameraden Ja, da ist er, da ist er Ja, da ist er Das war aber garantiert noch nicht alles. Jetzt kommen die auch noch. Was? Was ist passiert? Vielleicht jetzt nicht die Grafen ihre eigene Art an. Na gut, das hatten wir ja schon in der Fabrik. Verdammt nochmal, was ist hier los? Das ist wirklich die Robokalypse. Geht mir aus dem Weg! Die Robokalyse резinkt. Ich weiß nicht, hierzu. NIN-S. Sie haben alle das Werkzeug gewesen. Sie haben sich in die Welt verletzend. Sie sind alle in den Herzen seien die Vermitturen. Wir sind nicht mehr als uns. Wir müssen dasnehmen gehen. Oh nein Woah Okay, der wird Stress, den kannst du gerne haben Ich sehe diese verdammte Energiekuppel nicht Wow Oh Ja toll. Okay, dann kümmern wir uns um den anderen Bastard. So Leute, da bin ich wieder. Es gab technische Schwierigkeiten mit meinem Mikrofon. So wie es aussieht, hat die Reparatur, die ich gemacht habe, ihren Zenit überschritten. Die ganze Zeit hat es ja relativ gut geklappt, trotz kleinerer Macken. Aber ich komme wohl jetzt nicht darüber hinweg, dafür Ersatz zu sorgen. Also, ich werde versuchen, die Folge jetzt noch zu Ende zu bringen. Wie es in der nächsten Folge aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß also, ob morgen eine Folge kommen kann oder nicht. Wir sehen es. Hallo, was ist denn hier los? Das war's. Oh, da ist es jetzt. Das wird auch sagen. Ich glaube, dass das große Welt ist. Es gibt keinen Sinn. Ich glaube, dass ich... ...nii-chan... ...nii-chan... ...zum... 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 Oh shit... ...weil er es wollte. Deswegen habe ich deinen Bruder getötet. Ganz einfach eigentlich. Naja, und ich wollte es auch ein bisschen daher. Was ist denn das jetzt? Ha! Wie geil! Ja! 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 Komm schon! Oh nein! Komm schon! Oh oh! So, Fernergriff plus! Komm schon! 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 Oh Gott! Oh Gott! Na toll. Alter, wie soll ich das machen? Alter, wie soll ich das machen? Alter, wie soll ich das machen? Ich bin ein Mann. 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 Mensch, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Das ist kein Mann. Das Netzwerk ist desinfiziert. Das ist ein Problem. Ich kann mich nicht mehr überlegen, dass ich mich nicht mehr zurückkehren kann. Oh, yes, sir. Okay. Tudi. Okay. Tudi. 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 Er steckt ein Schwert neben. Nein, er ist im Boden. Aber nein, man muss erwürgen. Genau, das ist dramatischer. Das tut mir nicht alles fürs Drama. Das tut mir nicht alles fürs Drama. Das tut mir nicht alles fürs Lauf. Das tut mir nicht alles fürs Lauf. Es tut mir nicht alles. Das tut mir nicht alles. ... ... ... Das ist eine Art ... Das ist eine Art ... Das ist ... Das ist ... ... das ... ... das ... ... das ... ... mit dem Daten信号 ... ... Oh, 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 oh. Ich habe mir dein eigenes Geist geplant. Ich habe meine eigenen Daten in der Geist geplanten, und habe mich geplanten, dass ich auf dem Netzwerk wieder gegründet habe. Ich möchte noch einen großen Geist geplanten, aber ich möchte noch nicht mehr den Geist behaupten. Ich habe mich nicht mit dem Geist geplanten, aber ich habe mich geplanten, und ich habe mich auf meinem Geist geplanten. Es war gut. Das letzte Befehl ist ... ... noch immer ... ... in mir bleibt. wenn ihr noch andere enden sehen wollt schreibt es in die kommentare ich weiß nicht wie ich die erreiche dann muss ich nachsehen also es hat auch völlig andere verläufe spiel auf einmal auch völlig andere figuren also das spiel die erfahrung von dem spiel kommt dadurch dass man es mehrfach durchspielt wenn ihr mal noch ein ende oder zwei sehen wollt wie gesagt schreibt es in die kommentare ansonsten würde ich euch die erfahrung nämlich gerne selbst machen lassen und jetzt lasse ich euch mit diesem ich lasse euch jetzt mit der abspann allein leute vielen dank dass ihr das projekt verfolgt habt vielen dank dass ihr dabei wart wir sehen uns bei einem unserer anderen projekte macht's gut bis dahin ciao die ich wie wir im Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020